Hm? Ach Mann, Mistviech. Hü! Okay, das... Ah. Okay, jetzt habe ich schon gedacht hier. Und serstört mein Teddy. Hmm. Scheiße. Okay, wir haben uns ja ganz gut geschlagen bis jetzt. Kann mir nicht schmeckern. Ja, wir können ja gleich was wir essen, wenn wir hier raus sind. Scheiße. Ähm, ja. Ja, ja. Wieso verfehlt denn der jetzt immer? Ja, der trifft mich jetzt die ganze Zeit. Oh, oder was? Das nervt mich schon wieder, dieses Spiel. Wieso verfehlt denn der das immer? Das nervt mich gerade, das Spiel wieder. Ja, der trifft jetzt bei jedem Schuss. Hä? Ja, ja, ich steck es dir doch in den Pupöchen. Ja, ja, 13 Schaden, Bauri. Wieso trifft denn der nicht mehr? Wieso trifft denn der jetzt nicht mehr? Merkwürdig. Ja, der trifft jetzt nur noch irgendwie. Ich kapiere das nicht, das Spiel. Ja, hallo, was soll denn das jetzt? Nee, das muss ich eigentlich aufheben. Ja, voll dein Laser ab und das Vieh weicht jetzt gleich wieder aus. Nein, jetzt verfehlt oder wegen mal? Ach, das nervt gerade. Ach, deswegen würde ich es nicht mehr weiterspielen. Jetzt weiß ich es wieder, weil es mir einfach besser auf den Nissen ging, das Spiel. Das ist ja spannend wie eine Erkältung. Noch mal doch so ein 3. Hey, ich habe ja gedacht, da passiert nie wieder was. Ja, die 223 Erfahrungen kannst du dir dorthin stecken, wo keine Sonne scheint. Ja, jetzt sind wir schon ganz schnell neu hier. Erst mal hier rein. Sachen. So, sagen wir mal noch. Ja, mal ein großes Stück Pizza im Mampfen hier. Harry, essen große Pizza gemeinsam. Harry, sein PC ist völlig voll. Nein. Oh, fuck. Aber ich muss doch zu Glück statt, oder nicht? Jetzt geht das wieder los, meine Nerven. Ja, 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 ja. Macht was auch alles. Aber macht das bitte ohne mich. Ja, das ist sehr schön. Jetzt schmissst du eh wieder vor. Ja, sage ich, das ist nicht bei jedem. Dann verfehlt er wieder 10 Mal und dann... Ich kapiere das nicht. Äh... Ja, 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 ja... Es ist doch... Ach, was habe ich mir damit bloß eingedürnt mit diesem Spiel? Es geht doch schon da auf die Nüsse. Ich will jetzt endlich mal bis zu diesem blöden Glücksstadt kommen. Ja, Harry, dran kusten Saft. Harry holt sich von seiner Erkältung. Das ist sehr stark. Äh, jetzt essen wir mal noch ein Glückssandwich. Harry, sein PC ist völlig voll. Okay. Ähm... Gehen wir mal noch Morden. In Norten, In Norten, werden wir's hier am Morden. Ähm... Oh cool. Banpio, Schmetterling! Der magische Schmetterling. Harry entspannt. Gehen wir den mal lang? Hier oder dort? Wie gehen wir, dass wir hier lang? Okay, zur Gasse. Ähm... Ah, was ist denn hier? Hä? Okay. Hallo, Spinn-Potter. Spinnst du, Potter? Harry Potter greift an. Och, geht das wieder los? Das ist doch Nerv. Ja, ja. Ja, ja. Oh, wow. Ja, stark. Ähm, ja. Hm, ja. Cool, cool, cool. Wir müssen einen Hustensaft schlören. Harry trank Hustensaft. Harry holt sich von der Erkältung. Scheiße, gegen die Wärme haben wir noch null Chance. Da geht nicht weg. Na ja. Gut, dann macht er mal einen 196 Schaden. Machen wir natürlich mal einen Zielangriff. Bäh, noch 55? Wieso das denn? Was ist denn? Das ist ein Bock, Harrys Angriff zu ihm frei? Äh! Äh! Stürb! Äh! Fuck you! Ey, was ist denn das? Ja, und hier habe ich gleich null. Die Gewanne. Ei, 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 ei. Ey, das ist aber auch ein Scheiß-Zeugs. Ey, ei, 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 ei. Ja, das ist ein Stück Pizza. Die ersten Grosse Pizza alleine gemeinsam. Na, diese Pizza völlig voll. Oh, wie komme ich denn dorthin? Was ist hier dursch? Was? Das habe ich doch gewonnen. Harry erhält eine Erfahrung. Aha, ich glaube, wir sind hier richtig. Was? Spuslange wickelt sich am Tisch und greift an. Harry kann sich nicht mehr bewegen. Nichts! Ja, das war doch logisch. Wie viel gibt es da jetzt? 5000 Erfahrungspunkte. Wow, ein. So ein Mistviech. Okay, liebe Freunde, ich glaube, wir sind hier richtig. Geh weg. Ja, ja, gewonnen und ich bekomme einen Erfahrungspunkt. So. Cool, was haben wir denn hier? Ach Quatsch, ich wollte prüfen. Willkommen in Glücksstadt. Juhu, wir sind in Glücksstadt. Mal wie? Ich bin nicht dein Feind. Ich bin nur ein stücknemale Maulwurf. Du bist stärker als damals, als du durch und nett gewandert bist. Hast du jemals plötzlich die gewonnenen Nachricht erhalten? Als du einen schwachen Gegner getroffen hast, das ist der Beweis, dass du stärker geworden bist. Du willst deine Zeit nicht mit lächerlichen Schwächlingen verschwenden, oder? Ja, das möchte ich natürlich nicht mit diesen lächerlichen kleinen Schwächlingen, dieser kleine Schwächlingen abschauen. Okay, wen haben wir denn hier? Hallo. Entschuldigung, Herr Tourist. Ich sammle Geld, um die Welt vor der Verunreinigung zu schützen. Spende alles, was du kannst. Ja, mir spenden. Wie möchtest du spenden? Zehn. Das soll belohnt werden. Hier hast du eine Postkarte. Yeah, Herr, ihr hält Postkarte. Mach's gut und viel Glück. Hihihihi. Auch bloß, weil du Titten hast, Baby. So, und der lächelt. Eines Tages wird der Kappel dort die Erleuchtung finden. Dann werden wir uns alle ins Glück führen. Aha. Ich höre, tief in der östlichen Höhe gibt es viele Fußstapfen. Die Leute nennen sie Knomenfüße und sie werden ganz unruh durch sie. Und was gibt es hier? Prüfen. Hier ist alles in Ordnung. Reden. Wie viel spürst du? Auf dem Schild gucken. Ja, vertrauen dir. Kauf hier etwas, wenn du möchtest. Was möchtest du kaufen? Banane 5, frisches Ei 12. Harry entscheidet sich, nichts zu kaufen. Ja. Ein rohes Ei für 12 Euro schon ganz schön hab ich. Ich beobachte die, die ihr Essen nicht bezahlt haben. Ich glaube, dass diejenigen, die nicht blau färben, gegen den Frieden sind. Ich will, dass sie uns alle zuhören, auch wenn sie ihn dafür in den Händen treten muss. Entschuldigung. Was? Der Ku Klux Klan ist wieder da. Ähm. 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 Du? Freunde? 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 Reden? Keine Antwort. Hallo? Ku Klux Klan? Wer wird hier heute aufhängen? Hallo? Ku Klux? Blau, blau, blau. Was? Ich bin der Weg? Okay, ich geh zur Seite. Ah. Mal sehen, ob wir mit denen reden können. Blau, blau. Oh. Du willst doch einer von uns werden? Dann gib auf, was du tust. Und triff den großen Mr. Carpenter so schnell wie möglich. Harry öffnet das Geschenk. Darin findest du Croissant. Harry nimmt es mit. Lass mich hier durch. Blau, blau. Ich sage an die Waffen volle Kraft voraus. Oder so. Also mach ich dich jetzt fertig. Was? Was will denn der von mir? Glykologe. Also ein aggressiver Glykologe. Glykologe ruft noch Hilfe. Glykologe B möchte sich mit ein. Harry greift an und macht 75 Stauden bei Glykologe A. Und dann machen wir einfach mal einen Psi-Angriff. 92 Stauden bei Glykologe A, Glykolo A ist wieder normal. 64 Stauden bei Glykologe B. Glykologe B ruft noch hin. Hach, muss ja sein. Ich mache nochmal so einen Angriff. Was? Äh, sehr schön. Tschung, tschung, pff, puff. 68 Stauden bei Glykologe B. Glykologe B ist wieder normal. 79 Stauden bei Glykologe C. Und Glykologe Harry greift an und verfehlt. Ne, verfehlt doch nicht. Wow. Glykologe C ist wieder normal. Sehr schön. Gewonnen. Harry hält 1059 Erfahrungen. Wow. Cool. confused. Keine sind! Keine Antwort Keine Antwort Keine Antwort Keine Antwort Keine Antwort Also da scheinen wir noch nicht hinzukommen Also müssen wir hier unten jetzt lang Das kann natürlich auch sein Keine Antwort Keine Antwort Gut, dann gehen wir halt mal wieder raus Aus dieser Sandology Ku Klux Klon Ups Okay, ich glaube die wurden jetzt alle hier ans Leder Klingologe fängt dich ein Harry greift an 64 Schaden bei Klingologe Klingologe setzt einen Pinsel Oh nein, 15 Schaden bei Harry Ich frage mich, ob es hier wenigstens was gibt, wo ich jetzt mal schnell speichern kann Das wäre Das wäre so irgendwie Wunder, wunderschön, hübsch toll Harry erhält 353 Erfahrung Sehr schön Das würde ich wunderschön finden Wenn es hier irgendwas gibt, wo ich jetzt mal Speichern könnte Ach, ein Hippie hier unten Ich nicht sicher wollen Freunde In toll hintertret Ding, ding Aha Ihr müsst irgendwas geben Irgendwas Irgendwas Liebe Freunde Wo Nein, ich werde jetzt nicht spenden Das kannst du doch voll abessen Ja wohl, komm, ein Zehner sperren wir mal noch Aha Sie sind die immer, die so voll das Mubbin mit mir, die alte Voll die Mubbin-Kuh Du verstehst es wohl nicht Also klar es dir Wenn die Welt blau ist, kann ein frittisches Land entstehen Verstehst du es jetzt? Ja Dein Gesicht sagt mir, dass du nur so tust, als ob du das verstehst Du willst dich nur aus der Affäre ziehen Ja, wenn man jeden Tag besoffen ist, dann ist es schön Du könntest das jetzt vielleicht falsch verstehen Aber Kevin, das Stimme beeinflusst die Seele wie ein Hypnotisier Sehr, sehr, sehr Unser Kind wartet ein Thusen auf uns Wir wollen um dein Glück als Souvenir mitbringen Hihihihihi Mhm Wir wollen unsere Glückologie-Religion anschließen Wir sind ein Eber aus Thusen Mhm So, was hast du zu sagen? Dies ist das berühmte Glykologie-Verwaltungsbüro Wenn du Glück erlangen willst, solltest du das Glykologie-Hauptquartier suchen Es befindet sich im Zentrum der Stadt Ah ja, da wollen sie mir ja gar nicht ins Lede Seitdem will mich ja hier jeder hauen Hasch mich, ich bin der Mörder Hihihihi Das ist sehr doof Öh, ich will hier mal Was ist denn eigentlich mit dir Struppel? Dort vorne ist dein Ort Die man nicht blau färben kann Es ist ein seltsamer Andi-blauer Ort Ich kann nicht aufhören daran zu denken Und ich kann nicht mehr in dessen Nähe gehen Aha Prüfen Alle unsere Waren sind gesegnet Blau blau Supermarkt Oh, cool Supermarkt Gehen wir noch gleich mal rein hier Und wir reden mal Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich will schon was kaufen Was kann ich in dir bringen? Was willst du verkaufen? Es gibt Fruchtsaft Tasse Kaffee Erfrischungskräder Hmm Hm Nein Nein Ja, ich komme bald wieder Keine Penis Hallo, was kann ich dir helfen Ich will jetzt was kaufen Was kann ich dir bringen? Dreier Holz Uuuhuuhuuhu Koffer an meinen Hohlbeibsch Ja, warte mal Ähm... Ja, warte mal. Ich möchte noch etwas verkaufen. Was willst denn du verkaufen? Dieses Cousin. Ja, es ist in Ordnung. Wollen Sie noch etwas verkaufen? Ja, was möchten Sie als nächstes kaufen? Was willst du verkaufen? Ich möchte jetzt verkaufen die Steinschleuder. Da hat ja eine neue Waffe gekauft. Ich glaube, es ist 44. Ist das in Ordnung? Ja. Vielen Dank. Willst du noch etwas kaufen? Nein. Vielen Dank, bitte. So, prüfen wir jetzt mal und kaufen jetzt mal diese neuen Waffenbezugs dort abheben. Ja, ja. Von deinem Konto wurden 700 Euro abgehoben. Mit dir Geld entnehmen. So, komm jetzt mal her. Ich will jetzt mit dir mal reden. Natürlich kaufen wir dieses 3er Holz. Ja. Harry, Offens, Change, Sie mit Reich. Oh, 52. Wollen Sie noch etwas? Ja. Was möchten Sie als nächstes kaufen? Was kann ich Ihnen bringen? Ja. Von 23 auf 28? Das ist gut. Willst du doch einfach ein Blickarmband führen? Ja. 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 Vielen Dank. Wollen Sie noch etwas? Ja. Was möchten Sie als nächstes kaufen? Möchte ich was? Was kann ich Ihnen bringen? Diesen Holmshut. Kommt sofort. Danke. Willst du es gleich ausrüsten? Natürlich. Harry ist der Fan von 28 und 33. Das ist gut. Was willst du als Baseballkabel für neuen? Ja. Verkaufen wir. Vielen Dank. Wollen Sie noch etwas? Ja. Kaufen. Was kann ich Ihnen bringen? Deinen Kopf. Ähm, wir haben eine Brotpfanne. Ach, die ist bestimmt nicht für uns. Gut. Nein, da haben wir alles. Wollen Sie noch etwas? Nein. Vielen Dank. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Kaufen. Was kann ich Ihnen bringen? Ich möchte mal so einen Erfrischungsgräder. Kommt sofort. Vielen Dank. Wollen Sie noch etwas? Ja. Ich möchte etwas verkaufen. Was willst du verkaufen? Ich möchte verkaufen. Scheiße, das ist doch nicht mehr zu verkaufen. Herr Rüstensaft... ..große Pizza... ..ein Famofon Glückssandwich... Nee, da muss ich jetzt ein wenig abholen lassen. Vielen Dank. Jups.... Harry, nehm den耳ers ab. Hier ruf er erstmal Papa an. Ich habe 470€ auf dein Konto eingezahlt. Aber zu wissen, was du ausgegeben hast, hast du jetzt ca. 1665 USD auf der Bank. Nun, Erfahrung für den nächsten Level Harry 403. Wie immer, was möchtest du tun? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Damm nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.